Musik D Jetzt kommt D dran, Tüte D Ja, noch ist ein bisschen was zu tun Also Jetzt kann ich noch kein Ende des Tunnels sehen Doch, äh schon Ich hab bestimmt schon die Hälfte geschafft, aber Man darf nicht vergessen Zu guter Letzt Kommt ja noch die Karosserie dran Und die kostet glaube ich Am meisten Zeit Wenn man die Am Ende lackiert Ähm, genauso wie die Motorplatte Also Aluminium Cool, äh auf jeden Fall Schöne Sache hier Die Antriebswelle Dann haben wir hier auch wieder Ähm Unser Glaub ich Nein, haben wir nicht Doch, wir haben ein Kugeldifferential nochmal drinnen Ähm, wenn ich das richtig sehe Also wir haben auch vorne Ein Kugeldifferential Also keine Starrachse Kein, äh Kein Kegel oder ähnliches Wir haben ein Kugeldifferential Okay, wir haben ein 4WD Buggy Da ist das auch noch äh Standardmäßig sage ich einfach mal So verbaut Meistens hat man ja Früher ein Kugeldiff Ein Kugeldiff Dann hat man mal zwischendurch Ein Kegeldiff Viele haben heute Kegeldiff Aber das sind meistens Die, ich sag mal Moderne Renn-Renn-Renn-Modelle Also die aktuellen Spitzenfahrzeuge Wie man so schön sagt Dann haben wir hier auch wieder Die Urethan Hülsen Dann das angesprochene Differential Kugellager Hülsen Weitere Viele Kugellager Hier Äh Zwischenwellen Weil wir haben ja Von der Kardanwelle Nach vorne Haben wir ja dann auch noch Diese Umlenkung Ingetriebe Dann haben wir hier Die Teile Fürs Na Fürs Kugeldifferential Differential Und natürlich Was nicht fehlen darf Sind die Sporstangen Mit dem Rechts-Links Gewinde Auch sehr schön Standardmäßig bei Äh Für die Spor und für den Sturz So Das ist alles Hier Kugel Hier sind die Kugeln Übrigens für Fürs Kugeldifferential Und für das Drucklager Aber bevor ich jetzt weitermache Waren jetzt hier Teile Teile Der Tüte D Ich werde jetzt Die Teile Für den Bauabschnitt D21 Vorbereiten D21 Ich habe hier die Teile Äh Ich habe hier die Teile Äh Rausgelegt Getriebegehäuse Abdeckung Vorne geht's los Am besten ist Ihr nehmt auch schon mal Ein bisschen Schraubensicherer Oh Das war jetzt ein bisschen viel Des guten Ähm Nehmt ein bisschen Schraubensicherer Schon mal zur Hand Weil den kann man jetzt Hier durchaus gebrauchen So Das war jetzt Zu viel Des guten Ähm Schraubensicherer Ganz ganz wichtig Äh Eventuell hierzu gebrauchen Und zwar wenn wir hier vorne Die Hülsen Am Getriebegehäuse Fest machen Ähm Kommen wir hier dran Diese Hülsen Senkschraube Und man kommt später Super schwer hier ran An die Schraube Also sprich wenn ihr das montiert habt Dann Kommt ihr da super schwer ran Und dann macht das immer Sinn Wenn man jetzt hier an diese Teile Schon mal ein bisschen Schraubensicherer rein Ran macht Gerade Metall auf Metall Kann das Von Vorteil sein Dass wir hier Alles Gewinde vorher Schraubensicherer macht Wie gesagt So eine Empfehlung Ihr müsst es nicht machen Aber gerade an solchen Stellen Kommt man ganz schwer ran Man muss dann das halbe Auto zu legen Und dann ärgert man sich Warum man hier an der Stelle Ähm An der Buchse Die man eigentlich nicht wieder Äh Lösen will Oder muss Ähm Warum man da Die nicht besser gesichert hat So Deswegen Gibt es so Stellen Die machen einfach Sinn Die machen einfach Sinn Mit Schraubensicherungen fest zu machen Weil ich wüsste auch nicht Worum ich an der Stelle Äh Noch mal rangehen müsste Warum ich die jetzt Quasi nochmal abschraube So Dann mache ich hier Den Schraubensicherer Der hier Überschüssig war Mache ich hier mal weg Auch von innen Ein bisschen reinigen Dann habe ich hier wie gesagt Schon mal Die Buchse fertig Dann kommt hier An diese Teile Ganz simpel und einfach Mein Kugelkopf dran Gerade reinschrauben Einfach bis zum Ende Simpel und einfach Das war Mehr ist das nicht Und das auf allen beiden Seiten Das wird nämlich quasi Die Umlenkung Später Für den Dämpfer Meines Erachtens An der Vorderachse Also Im Prinzip ähnlich Oder genauso Wie beim TC01 Also man hat da Ein bisschen übernommen Vom Konzept her Und von der Idee Man hat nicht gleich Alles über den Haufen gerufen Die Teile sind Wahrscheinlich ein bisschen Anders Sind wahrscheinlich nicht Baugleich Aber wer weiß Für welches Konzept Das wieder Jetzt gemacht wurde So Dann haben wir das Dann kommen hier Die 5x8 Lager rein Von beiden Seiten eins So Und das genauso Hier Von unten Von oben Und von unten Dann gucken wir uns hier das Teil an Das liegt so da Und am Ende wird es dann So Drauf geschoben Das das Ganze quasi So aussieht Wenn ihr das habt Und auch wieder Die kleine Schraube Die kleine Schraube Und zwar Kleine Schraube M3 x 5 Senkschraube Mit dem C4 Teil Und wird von oben Und wird von oben Verschraubt Und fest Man sollte sich das Ganze hier noch leicht bewegen lassen Zeige ich euch gleich Bei dem zweiten Teil Also auf der zweiten Seite Hier Kann ich ja mal näher gehen Hier Dann wird das hier einfach nur reingeschraubt Kann man natürlich hier von oben auch Schrauben sicherer nehmen Aber Wenn ich das von oben mal wieder lösen will Oder festziehen will Da komme ich ja gut ran Nur von hier unten komme ich schlecht ran Deswegen macht das Sinn Hier drauf achten wie gesagt Dass das leichtgängig funktioniert Dann habe ich das fertig Dann habe ich hier noch zwei Kugelköpfe Und an die Wo ist dann definitiv der Staubschutz Weil da kommt dann So Kommt hier der Staubschutz dran So Dann werden wir jetzt festschrauben Und zwar kommt das Von hier unten ran Hier So Und Klar Auf der anderen Seite Kommt Zwei da ran So Dann haben wir das auch Und Was wir nicht vergessen dürfen Sind jetzt hier Diese Spurstamm Auflegen Ja Es sind die richtigen Das halt beachten Weil wir haben noch Eine andere Länge bei Und dann Ja Wie beim anderen Auf Und jetzt das Maß 23 Hier Beachten Und Auf Auf Maß bringen quasi Und dann auch wieder Einmal Kopf nach oben Und einmal Kopf nach unten Das noch beachten Und Ja Die Richtung Also Wo praktisch hier Die Ich sag schon Die Rändelung ist Und Rechts Links Gewindestange Macht natürlich immer Sinn Weil Braucht die Gewindestange Hier nicht abschrauben Wenn ihr Das maß ändern wollt Den Spor Sturz Oder ähnliches 23 Nein Da fehlt noch Ein bisschen Das ist ja nicht ganz drauf Aber wir messen mal mit dem Messschieber Ah Ich bin ja fast bei 24 Das täuscht sowas von So Sieht doch schon gut aus 22,7 Also muss ich ein kleines Stückchen zurück Wieder Könnte sein Dass ich jetzt Eine Umdrehung zurück muss Ich bin jetzt nicht ganz zufrieden Dann muss ich beides Ein Stückchen drehen So Dann haben wir jetzt 23 So Dann haben wir hier 23 angebracht Und es fehlt jetzt noch die zweite Seite Und die werde ich jetzt in Ruhe nachholen Und äh Schon mal die Teile für Bauabschnitt 22 Vorbereiten Beziehungsweise Ich werde dann auch gleichzeitig Äh Das Kugeldifferential schon mal vormontieren Weil ich habe es euch ja in dem vorhergehenden Bauabschnitt Äh Schon mal gezeigt wie das funktioniert Das ist praktisch baugleich Deswegen gehe ich jetzt mit Übergehe ich die 23 Und gehe dann quasi Oder die 22 Übergehe ich auch gleich Und gehe dann zur 24 Ich kann aber die 22 natürlich nochmal machen Aber das Kugeldifferential Äh das Kugeldifferential Lasse ich mal aus Kugeldifferential habe ich aufgebaut Ich habe alle Teile hier rausgelegt Für 22 24 Und Bauabschnitt 25 Dann fangen wir an mit der 22 Ganz simpel und einfach Geht es jetzt mit dem MD04 Los So Und dazu Werden wir zuerst hier das Äh Kugellager äh Drauf setzen Weil was anderes haben wir jetzt erstmal noch nicht Und zwar hier Das M A 13 10 mal 5 Setzen wir hier drauf Dann kommt hier Das Äh Kegelrad drauf Dann kommt hier der Stift noch rein Dann muss das Kegelrad natürlich hier drauf sitzen Wenn das Kegelrad nicht wegwandern kann Kommt hier ein Sicherungsring hin Ja Und zwar von hier Ja Und zwar von hier Diesmal von der anderen Seite So Damit Kann hier das Kegelrad nicht wegwandern Hier anders wie auf der Vorderachse also auf der Hinterachse ist das so gelöst Und dahinter Und dahinter Kommen hier Drei Scheibchen Drei Scheibchen Zwei Und zwar Die M A 16 Scheiben kommen hier dazwischen Bevor jetzt noch das Kugellager da drauf kommt Damit haben wir jetzt hier Die erste Achse schon mal fertig oder die erste Zwischenwelle fertig Fast Hier vorne kommt noch eine Feder rein Und damit die hält Kommt etwas Fett dran Da haben wir jetzt nicht mehr viel Von dem Weißen Das kommt dann noch mit dran So So Damit haben wir jetzt auch die Feder drin So Kleine Nummer eins Jetzt springen wir zur A 24 rüber Und fangen quasi mit dieser Welle an Setzen zuerst die A 8 Buchse drauf Bevor wir den M A 20 Stift reinsetzen So sieht das Ganze aus Dann kommt da drauf Das Zahnrad Oder das Zwischenrad Was wir am Anfang gebraucht haben Das sitzt dann auch In dem Stift drinnen Und ist fest Und von der anderen Seite Kommt A 7 A 7 drauf Bevor M A 15 Kugellager drauf kommt Und zwar Das 8 mal 4 So So sieht das Ganze jetzt aus Das ist erstmal der Zwischenschritt Und jetzt kommt von der anderen Seite Was kommt von der anderen Seite drauf Da muss man jetzt mal genau hingucken Ein Kugellager Und zwar Das M A 14 M A 14 ist 9 mal 5 Dann kommt der Stift So 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 Nach dem Stift Habe ich jetzt gesagt M A 14 Ja Dann kommt noch kein Stift Weil Dann kommt noch die Scheiben Dann kommt noch die Scheiben Drei Stück Eins Zwei Zwei Drei Scheiben Dann kommt der Stift Kegelrad Und dann kommt das Kegelrad Und das A 27 Und dann wird das Kegelrad A 27 Mit einem Sicherungsring Gesichert So Und den Mache ich jetzt hier Mit der Zange Fest So Damit haben wir auch diese Zwischenwelle fertig Und jetzt können wir das Ganze Nämlich Einbauen Mehr oder weniger In Unser Getriebegehäuse Wir können uns das hier mal angucken Das Getriebegehäuse Das kommt so rum rein Und dann kommt hier Unser Welle ran Differential Und so Sieht das Ganze Schematisch Bei mir aus So Dann können wir das schon einbauen Einmal hier Kontrollieren Kontrollieren Gleichgängig Läuft Dann haben wir Diese Zwischenwelle So Das läuft auch Und dann zum Schluss Mit Hier Mit der Feder Und hier Mit dem Schlitz Wo wir festziehen können Und dann können wir hier kontrollieren Das läuft Einwandfrei Schön Leichtgängig So Jetzt kommt noch ein bisschen Fett drauf Also Wir haben jetzt hier das schwarze Fett Der 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 KB Der Der KB Der 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 KB Der abschnitt 25 fertig okay ich habe noch was vergessen hier dieses teil mit der kleinen schraube von unten hier verschrauben also das nicht vergessen beim bauabschnitt 25 bauabschnitt 26 relativ simpel wir müssen jetzt diese beiden teile miteinander verbinden dann wird quasi aus dem offenen getriebe wird ein geschlossenes getriebe so einfach nur drauf und passgenau jetzt kommen die ganzen schrauben man ganze neuen stück sind wieder jetzt verschrauben müssen damit das quasi dann auch hier schön fest zusammenhält ja neun stück nicht vergessen irgendeine schraube deswegen ist es halt immer ratsam dass wirklich alle schrauben die hier dran sind auch wirklich festgezogen sind beziehungsweise wo loktite dran kommt auch loktite dran sollte damit man nicht später jedes halbe auto demontiert um hier irgendwie eine wartung oder eine reparatur durchzuführen ja wo die schrauben hinkommen ich glaube das ist jetzt gut beschrieben in der anleitung bis auf das ist natürlich hier ihr seht schon ein paar schrauben sind die man festziehen muss um hier überhaupt weiterzukommen weil man sieht dass hier wo die schrauben alle rein kommen neun stück insgesamt sieben von oben und zwei von unten und spätestens beim auseinander nehmen da sucht man echt die schrauben wahrscheinlich zusammen die wir dafür brauchen also ob ich jetzt die zwei ob die wirklich notwendig sind aber die kommen hier genau da rein man die nicht hätte sparen können gute frage aber spätestens beim auseinander nehmen sucht man dann und von unten kommt diese beiden schrauben noch zum einsatz beziehungsweise die zwei löscher von unten einmal dieses loch und dann hier was ich jetzt noch fest sie dann habe ich neun schrauben benötigt um hier das getriebegehäuse miteinander zu verbinden kommt mir wie beim tc 01 vor haben wir uns auch so viele schrauben um getriebegehäuse zu montieren also eigentlich meines achtens schon fast viel zu viele so damit haben wir das getriebegehäuse formen zumindest fertig im bauabschnitt 26 weiter geht's mit schritt 27 und der doppelarm anlenkung das sieht erstmal ganz easy aus dann können wir auch gleich noch mal was zeigen und zwar hier der staubschutz kommt von oben drauf ganz wichtig hier also von oben drauf und nicht hier drauf gesteckt hatte ich ja am anfang ein paar bei den anderen kugelköpfen so gemacht war natürlich feich musste ich wieder umbauen also so ist es richtig bloß mal so am rand erwähnt so dann würde ich sagen jetzt los k3 k6 k8 habe ich rausgelegt jetzt fangen wir an hier die kugelköpfe zu montieren dann nehme ich jetzt hier wieder meinen steckschlüssel mein 5 5 5 und werde die ma 21 bis zum ende hier einschrauben so muss hier bündig sein ganz klar so dann kommt der zweite kugelkopf auch kein problem das müssen wir hier beachten naja lenkung muss leicht gängig gehen teile richtig rum montiert das ist klar jetzt mache ich hier den staubschutz drauf so und den zweiten staubschutz hier auf der seite woher habe ich das teil falls jemand fragt hier da habe ich es abgemacht so habe ich jetzt die zwei teile als nächstes kommt der nächste muss ich jetzt darauf achten bei k18 muss ich darauf achten wie das montiert ist also sprich die baurichtung muss ich aber achten was ich jetzt hier einbaue beziehungsweise wie ich den montiere also von unten steht aber in der sagt schon hier wenn man sich die bauanleitung anguckt so liegt der drauf kugellager kugellager und von unten kommt der kugelkopf da natürlich auch wie eben staubschutz drauf dann kommen hier zwei kugellager rein können wir auch wieder durch auflegen gucken ob das die richtigen sind mb7 ist ein 5x8 lager kommt einmal von unten rein passt und dann von oben gerade einsetzen kontrollieren das war es schon dann doppelarm anlenkung heißt doppelarm anlenkung weil ich zwei arme habe und an den zweiten arm kommt auch ein kugellager von oben und das zweite von unten ist ja schon so eine leichte phase dran damit man das kugellager besser rein bekommt und es funktioniert es geht auch einfach mit der hand rein drücken und funktioniert also da ist auch kein spiel drinnen qualität der plastikteile ist wieder perfekt kann man sagen weiter mir dann haben wir hier zwei kugel zwei kleinere kugelager in der bauanleitung hier md2 könnt ihr drauf legen und schauen ob es die richtigen sind passt auch wieder wunderbar so diese müssen wir mal gucken ja diese wenn hier ist so ein bunt dran passt wirklich nur von oben rein also weil hier kann es nicht durch gedrückt werden also kann ich da raus wandern nur nach hier oben aber es wird ja dann mehr oder weniger begrenzt durch den servo arm beziehungsweise servo hebel also ganz wichtig von oben hier die lager einsetzen aber eigentlich selbstredend weil andersrum passt es nicht so wenn ihr das habt schauen wir uns die anleitung an wird von oben rein geschraubt das heißt ich nehme hier meine m3x8 schraube schraubt die durch das kugelager durch und dann muss ich bloß den richtigen servo arm erwischen und vor allen dingen auch nicht nur den richtigen servo arm erwischen ich muss auch noch die richtige ein bau richtung beachten aber das ergibt sich eigentlich schon automatisch erst mal habe ich hier an dem arm hier einen kleinen bund drauf dran der ist wichtig weil das kommt ja hier ganz leicht in das plastikteil rein wenn ich es andersrum hätte hier habe ich kein bund und ich würde das andersrum montieren und anziehen würde der sofort klemm dann durch die bauform sieht man das auch schon hier so eine vertiefung und die sieht man auch hier in der bauanleitung dadurch ist das mehr oder weniger selbstredend wo die teile hinkommen von der doppel arm anlenkung und jetzt ziehen wir das einfach fest optional optional glaube ich gibt es dieses teil aus aluminium so und ich habe das jetzt hier festgezogen und durch die qualität beziehungsweise durch den bund der hier dran ist an dem hegel und das kugelager selbst absolut gleichgängig hier sehr gut so soll es sein und auf der anderen seite ist es das gleiche wir haben hier auch so einen kleinen bund dran also ein baurichtung ist auch klar beziehungsweise wir brauchen die vertiefung sieht man auch gut von der seite her auch wieder kein problem dass hier in der richtigen position zu montieren drauf achten bitte gerade einschrauben die schraube in das plastikteil nicht schräg aber das ist beziehungsweise gilt für alle plastikteile beziehungsweise alle schrauben die man in den kunststoff reinschraubt so und absolut leichtgängig sehr schön weiter mir hier in dem bausatz das kugel lager serienmäßig dabei sind damit haben wir jetzt hier die andenkung die kommt auch gleich ins fahrzeug rein aber bevor wir die einbauen benötige ich noch die spurstamm auch wieder rechts links spurstamm ein baurichtung beachten bzw wie die kugelköpfe montiert sind kann man hier gut sehen rendelung auf der linken seite und damit muss ich den die kugel fahne zu mir drehen so das ist hier angezeichnet also perfekt wie es ist so und ich muss jetzt ein maß beachten von 18,5 das ist aber alles nicht fest wie sagt man in stein gemeißelt weil durch das rechts links gewinde hat man natürlich immer die möglichkeit das noch zu verstellen so nehmen wir mal ein stückchen zurück auf der anderen seite muss ich auch wieder zu mir drehen wie gesagt rechts links gewinde stehen und ich achte darauf dass beide kugelköpfe gleich weit eingeschraubt sind muss man mal gucken der eine guckt nach oben er guckt nach oben und der guckt zu mir so der muss zu mir gucken und was ich meine mit dem gleichen ich versuche hier den abstand vom anfang des gewindes bis zum kugel bis zur kugelfahne genauso weit zu haben auf der seite wie auf der seite dann habe ich das dann auch gut mittig angebracht und das ist eigentlich eine gute lösung finde ich so jetzt guck mal das sieht doch schon gut aus gut aus und 18,5 ja sieht gut aus war es aber nicht 0,5 so so wieder zu mir die nach oben und zu mir so gehe ich ganz leicht zurück kann man das so noch mal drehen wie man es braucht nehmen ein messschieber und bin jetzt bei dem maß 18,5 so sorry ich mache mal ganz kurz ein bild das geht relativ schnell hoffentlich so und jetzt brauche ich noch eine zweite und das mache ich jetzt genauso wie eben wobei ich mich jetzt hier an der auch orientieren kann also ich kann die jetzt wenn ich jetzt schraube kann ich so ein bisschen gucken und orientieren so indem ich das jetzt so auflege sieht doch schon gut aus jetzt nehme ich die andere seite dann können wir schon mal sehen ob das gut aussieht jetzt hier ja die seite sollte jetzt genauso sein jetzt gucken wir mal sagen wir hier die rechte seite also gucken wir jetzt das nach hinten und das muss nach unten zeigen so kann noch ein stück ich glaube noch eine umdrehung könnte natürlich auch zu viel sein schon dann nehme ich hier das maß und bin 85 so das kann man sowieso noch individuell einstellen das ganze so dann habe ich hier die lenkung fertig und das ganze wird jetzt hier an mein teil montiert das heißt hoops ich muss es wahrscheinlich drehen dann kommt das hier hinten hier hinten dran und wird von unten verschraubt das heißt als erstes nehme ich hier die zwei lagerzapfen md6 nehme meine m3 mal 6 schraube die lege ich hier auf md1 messe ich nach ist m3 mal 6 ist aber eigentlich wenn ich jetzt hier drauf gucken m3 mal 5 also etwas kleiner als gesagt hier eigentlich m3 mal 6 steht in der anleitung drin so an der stelle weil ich auch wieder in metall schraube nehme ich wieder schraubensicherung das sollte jetzt nicht passieren das ist wieder mal dieser effekt wenn das zu groß ist nehme meine schraubensicherung steckt die schraube durch nehme den lagerzapfen und schraubt den fest übrigens das zeige ich euch gleich fest ist hier auch so ein 6 kant hier wo der praktisch dann der 6 kant von dem lagerzapfen hier unten perfekt drin sitzt dadurch kann sich das auch nicht verdrehen aber die schraube auf jeden fall fest ziehen weil hier kommt man wieder ganz schlecht dran später mal und ich möchte hier nicht später ran ich möchte das eigentlich immer dass der lagerzapfen immer fest ist deswegen die gezichter sind an dort schrauben sicherer dran zu machen an der stelle ich nehme loktite 243 übrigens gibt es gleich eine großpackung kann man über jahre verwenden so haben wir das auch fertig so kann man hier natürlich die reste weg machen so soll ja kein schraubensicherer auf den lagersitz kommen als nächstes wir legen es genauso hin wie wir es brauchen also so rum dann dann kommt bevor wir hier weitermachen so schauen wir mal an wie die kommen so und hier auf der seite hier wenn das ein bisschen schwergängig geht aber eigentlich könnte auch eine zange nehmen aber sollte auch mit der hand gehen drauf achten ich mache hier die rentelung nach bauanleitung auf die gleiche seite also von mir aus gesehen jetzt auf der rechten seite hier ist die nicht anders rum machen das heißt weil der vorteil ist wenn es immer auf der gleichen seite ist dann braucht ihr in die gleiche richtung drehen und dann ziehen die sich zusammen zum beispiel in die richtung oder andere richtung drehen die auseinander und damit habt auf beiden seiten immer den gleichen effekt du musst nicht umdenken wenn er mal schrauben tut so als nächstes einfach hier drauf setzen so ich hoffe ihr seht das so ganz normal wird die anlenkung hier montiert so die vorbereitung läuft gerade ja punkt 29 sind wir jetzt die letzte sache der tüte d jetzt feiern wir quasi ja kann man sagen hochzeit andenkung doppelrahmen andenkung ist drin das haben wir erledigt ich muss jetzt das chassi also das wand chassi mit der vorderachse verbinden das heißt hier so zusammensetzen und dann dass das hier quasi sich so zusammenfügt und schon ist es fertig auf der anderen seite können wir uns das gleich angucken erst mal kommen hier zwei schrauben rein beziehungsweise besser in dem fall müssen wir erst mal gucken ob ich überhaupt wenn ich das jetzt hier so montiert habe ob ich überhaupt noch die antriebswelle rein kriege weil diese antriebswelle die muss auch noch rein das heißt die geht ja hier ganz gerade durch die chassiplatte das heißt ich muss hier hinten einsetzen und hier vorne einsetzen also einmal hier einsetzen und auch hier hinten und das funktioniert ja nur wenn ich die vorderachse noch demontiert habe also zuerst eine bisschen fette dran so dann setze ich das hinten in meinen mitnehmer rein kann ich euch mal zeigen hier in den mitnehmer rein und dann mache ich hier vorne die achse nochmal ab und steckt das im vorderen gerade rein drehen dass ich hier auch treffe genau und wenn ihr das hier seht wenn ihr das drinnen habt könnt ihr hier die beiden teile miteinander verbinden so und dann sollte das dann auch so wie es jetzt ist klack passen man kann natürlich auch zuerst hier oben die m3 also mb1 m3 x 10 schrauben montieren hier nummer 1 das sollte eigentlich passen so und auf der anderen seite was ich eben probiert hätte natürlich auch so die war jetzt nicht so billig wie man so schnell sagt hier hätte ich vielleicht vorschneiden sollen das kann man natürlich machen würde ich vielleicht hier an der stelle auch empfehlen dass man das kunststoff gewinde hier einfach mal kurz vorschneidet manchmal ist es notwendig bisher zwar war es nicht notwendig aber das ist jetzt die erste schraube gewesen oder das erste loch wo es ja wo es vielleicht interessant gewesen wäre so hier die antriebswelle hat schön platz kommt hier schön am servus selber vorbei und jetzt machen wir von unten die zwei schrauben rein die passt wunderbar also nur die oberen zwei schrauben wo man eventuell schon mal kurz ein zwei gewindegänge ansetzen kann so so noch nicht anziehen erst mal die jetzt hier so fest 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 das bewegt sich auch leichtgängig hier kommt bestimmt noch zwei schrauben dran beziehungsweise beziehungsweise ein schutz seht ihr da fehlt ja hier noch was davor und jetzt kommen noch die zwei schrauben dran die noch festziehen ein zwei und dann bin ich jetzt hier mit abschnitt in d fertig Bis zum nächsten Mal.